auf 400 kriegst dann suchst du dir am besten gibt es dann wirklich auch 6.000 dublonen aus also von diamanten um dir deinen wunsch dingen auszusuchen weißt du jetzt sag mal wovon du viele fragmente haben willst bei mir gerade jetzt meine chinesen da die ich da habe was ich jetzt auf drei die wird beim nächsten mal auf vier sterne hochgehen wer ist denn bei dir schon welcher legendäre schon gut jetzt hier also eine waage so ich mach dir mal gleich so welchen würde es denn als nächstes favorisieren das solltest du wissen beim gold der truhen event dass er dir da auch das fragment rein stellt weil dann kriegst du teilweise auch mal auf fünf fachmeter auf einer plus rüstungen dafür weiß der komplette du kriegst jedes mal dann auch einen kompletten rüstungssatz von den super rüstungen dazu mit jedem fragment ja ich fahre ich andersrum scheiße schuldige und zu dem obwohl oder kriegen wir glaube ich auf ziemlich am sack jetzt gleich glaube ich das ist nur eine gute der oma und dann haben wir gerade mal ein gefecht mit zwei da solltest du gucken da solltest du vorher überlegen wir nimmst du welchen hast du denn in der mitte noch mal bei dir welchen center wenn den ritter damit im schild normal ist ja kein legendärer ja dann wie viel stern hat zum beispiel dein chinesen den von mir als empfehlung hast gestern das bei dem drauf ich glaube noch kein ich nicht okay wenn das denn noch da die die frauen irgendwie die athena diese frau hast du auch oder mehrere die athena das ist die nicht die bogenschütze da sondern die andere hier die du da hast mit mit der lanze ich glaube die steht bei dir auf der seite kann das sein ja ich habe zwei frauen auf der seite glaube ich aber nicht die mit dem bogen die ist hinten welche sei hast du denn da noch auf der seite weiß ich aber die frau ist einmal die die das goldene schild machen kann da da muss gucken die athena oder wenn du hast die gilgamesch hat ihnen schwer die gemeint mit dem roten die die goldene schild machen kann da sein da musst du gucken und eine von den beiden frauen dann würde ich die favorisieren und das sollte auch dann sitzt nach und nach vielleicht deine deine seien die du würdige deine seien die du quasi favorisieren ja dann immer dafür was kommen die setzt sich rein für die sechstausende belohnen und die es geht du kriegst auch andere fragmente auch in dem weil wenn du 400 kisten auch macht aber haupt wenn du hauptsächlich die aufmacht kriegst du kriegst dann kriegst du natürlich noch die rüstungen dazu jeweils einen kompletten satz den kurven jetzt voll in weh hier man die taucht die fuß so sehr schön die repulse also die pürze auf ich bremse einfach mal wieder auf der repulse sehr gut wir haben einen feindlichen zerstörer entdeckt nicht das ist es ist eine Ja. und sind schon wieder die torpedos auf den fersen genau nimm mir die torpedos mal von mir weg danke das lieb von dir auch den lobe ich den lobe ich da kriegt nämlich rechts beide hahaha der blödmann kommt wenn man nur bis fokus guckt ja Wir haben einen Feind nicht zerstört. Ah, jetzt holen die wieder alle ab. Wir liegen in Führung, mach jetzt nichts dummes, gegnerischen Vorzeichen. Torpedos auf Kollisionskurs, Zeit zu tanzen, Torpedos zu steuerbar, ich meine, Torpedos links. Oh, hier kamen gerade Tops her. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Jetzt rennt die Hütte schon wieder. Da muss ich der Fuß erst mal zeigen, wenn man zitadeliert oder was? Ja, wenn ich jede mal hier so alle rausnehmen würde, wäre das auch geil. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Wir haben wieder so ein für kacktes Scheißteam hier, ohne Scheiß, ehrlich, guck dir da an. Nee. Oh. Du bist so getroffen. Die Räder oder was? Ja, ja. Ja, schön. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Ja, toll, wieder tausend stehen lassen, ey. Ja, der ist ein Abpraller, natürlich, natürlich, natürlich. Jetzt riecht von dem Scheiß für die Pfalzer hinten in die Kelle. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Du hast die Purse noch neben dir. Ah, mein Gott, ey, ich kriege ja einen Brand nach dem anderen rein. Danke. Jo. Reifer Brand ist klar im Wort. Geht einfach keinen Schaden rein in die Purpals. Ah, jetzt hab ich sie. Ja. 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 Geht hier jetzt nicht baden, ne? Ja. 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 Dauermückel, sehr geil. Wir liegen in Führung. Mach jetzt nichts Dummes. Gegen mich Sack. Oh, das ist die MWB-T-Zung, man. Mal gucken, ob wir hier mit der Cap. Ist das noch eine Heilung? Oh, es ist ein Heilung, okay. Oh, es ist ein Heilung. Oh, es ist ein Heilung. Ich bin offen. Das Gefecht endet in fünf Minuten. Ich bin voll am Sack jetzt, ey. Das Gefecht endet in fünf Minuten. Ich bin hier nicht mit euch eingesperrt. Ihr seid hier mit mir eingesperrt. Oh, das ist natürlich. Hau ich dir nichts rein, ey. Lass der 900 stehen, ey. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Hacke. Netter Versuch. Großbrücke. Danke. Päts. Du bist ein Kapitän. Aua. Bist du offen, ja, ne? Ah, ja. da waren zu viel versager bei uns hier alle dds versager alle mal okay jetzt mal zu ihr oder was kompark hinter dem stein direkt gegen die mauer die purse ist ja noch irgendwo die ämsel bärt hier meinte ich nein langsam weiter fahren langsam weiter zwei minuten an die langsam weiter links an den berg vorbei es feuer bis jawohl super aber jetzt packen da werkt er kriegt die park holi kämpfe oder kämpfe stehen 1 und nein ja egal bleibt packt da packt hat die kriegt ihn ich fahrt stück vor vielleicht noch muss eine minute durchhalten jetzt weiß dann wieder rückwärts gefahren ist was ein gefechter 66 schiffe rausgenommen alter super wenn man vorstelle sogar jetzt links von mir umkommt am berg also so quasi unter dem flach rum versucht oder wirklich hinten rum war schwierig 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 30 sekunden da ist es war rückwärts und könnte eng werden sieht ich jetzt auch muss direkt rauszitter verlieren gucken 2 1 super geil super wenn wir jetzt keine lobst du kriegst dann weiß ich auch nicht mein herz der glückwunsch 2.400 punkte im 6er das ist schon brutal das ist echt brutal alter falter das war mal eine runde deines lebens nicht aber war schon aufregend sagt man so der generaloffensive krake freigelassen koordinator angriff das ist so ordentlich ja